Hallo, ich bin Rico und wohne in Lüneburg, ca. 30 Minuten von Hamburg entfernt. Ich arbeite als Vorarbeiter bei Jan Fong Automotive Interiors in der BMW-Linie. Wir stellen Instrumententafeln her. Mir gefällt, dass tägliche Herausforderungen hier stets im Team gemeistert werden. Ich komme aus Mecklenburg und bin wegen der Chance auf diese abwechslungsreiche Tätigkeit hierher gezogen. Eine Region mag ich die Verschmelzung von Freizeitangeboten, Kultur und Natur.